Schau, wie sauber Ihr Auto ist. Oh, ist er sauber? Das ist gar nicht sauber. Filmst du schon? Nein, das Auto ist eh sauber. Soll ich lenken? Nein. Ach so, okay. Aber ich kann fahren deswegen. Ja? Ja. Ja, ich habe zwei sogar. Wieso zwei? Eben eins für automatisch und eins für Lamborghini. Bei Lambo, es fällt zu schnell. Echt? Ja. Leute, was geht ab, es ist King Seid und mein YouTube-Video. Willst du auch dabei sein? Bei was? Mein YouTube-Video. Nein, habe ich auch gesehen. Ach so, auf jeden Fall, er filmt gerade. Und genau, wir sind auf dem Weg zum Abschluss von einem Freund. Der Alice. Hallo. Genau, er macht auch YouTube, checkt seinen Kanal ab auf jeden Fall. Und ich bin hier mit meiner Lieblings-Oma. Hallo, Oma. Hallo. 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 Ja. Wie geht es Ihnen? Ja, gut. Super. Auch gut. Dankeschön. Ist Ihr Sohn auch heute da? Ja. Ah, okay, okay. Du weißt? Nein, ich bin nicht von hier. Mein Freund macht Abschluss heute. Ah, okay, okay. Ja. Okay. Ich auch. Ich komme mit meinen Kindern. Ah, super, die Kinder. Viel Spaß Ihnen noch. Ja. Ciao, ciao. Wie voll. Komm mit, komm mit, komm mit. Wo ist Alessio aber? Schau, wie jeder mich anschaut. Wir haben noch nicht Schwarz gesehen. Schau, wie jeder mich anschaut. Oh, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Wo ist Alessio? Klasse? Hey, es wird Zeit Platz. Ey, jeder guckt mich an. Ich kann das nicht. Ich glaube, ich war so angezogen, wie jeder kommt mit Sack und so. Und dann komme ich mit. Ich bin Schwarz. Sorry. Wo ist Omi? Ja. Wollen wir uns einen Platz suchen? Ich weiß nicht, es ist echt voll. Ich weiß ehrlich nicht. Wollen wir stehen? Kannst du stehen? Aber das wäre nicht gut. Oder wir suchen einen Stuhl für dich. Schau mal, dort hinten sind Plätze frei. Aber das ist zu weit hinten. Damn. Was machst du? Nehmst du uns auch? Ja, das ist mein... Willst du nicht Hallo sagen? Hi. Das ist meine Oma. Also, die ist nur weiß, aber... Das ist trotzdem meine Oma. Das ist trotzdem meine Oma. Ich komme ja mega. Der Einfliege einfach. So mal in den Ransom anzeigen. Auch wir als 10. Klassen möchten uns insbesondere bei den Lehrern, und den Lehrern bedanken. Und wollen auch abschließend Worte für dieses Schuljahr finden. Als erstes möchten wir uns natürlich bei Direktorin Frau Gera, bei der Sekretärin Frau Roth und auch natürlich bei unserem Hausmeister Herr Mayer bedanken. Ohne sie würden... Ohne sie würden... Ohne sie würde der Laden nicht laufen. Ohne sie würden... Ohne sie lassen weg. 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 Danke. Stöck Alessio! Wo ist der? Wo ist Alessio? Hey, wo ist der? Alessio! Ich höre, das war echt cringe. Das war in Deutschland einfach, man merkt einfach. Ich lüge mich. Krass, Digga. Lass uns ein Foto machen vorne. Da arbeiten sie bei Abschlussdingens, Mann. Foto? Schau den Nigga. Du bist ein einziger Schwarzer hier, Bro. Ich hab mein Bruder dabei. Die lass dich mal ausreden. Bro, Bro, Bro. Ob das Mikrofon ist bei mir, aber okay. Hast du gefilmt? Weiß ich nicht. Wo ist das man denn? Ako ist rot. Hey, hey, du. Hey, hey, du. Nix könnte ich sein. Ich weiß nicht, was du das King seht. Hallo. Hey, schick mir das Video. Ey, wir brauchen ein Foto. Lass dich vorne mal mit deiner Oma. Doch, ein Foto. Komm. Ja, ja, ja. Schau was für eine Person. Schau was für eine Person. Seine Oma ist da bei seinem Abschluss. Er will nicht mal ein Foto mit ihr machen. Das ist schon. Ich will. Ja, okay, dann geh. Schwarz. Schwarze lernen nie. Das ist die... Ich kenn sie nicht. Das ist fucking selbst. Echt? Du hast eine beste Freundin und eine Freundin. Yeah, ey. Ich will nicht. Ich will nicht. Boah! Wo ist die? Ey, ey. Scheiße. Alles... Du fremd hier. Alles allein hier. Willi, nein. Reicht dir deine eigene Freundin nicht, hm? Ja. Er braucht noch eine extra beste Freundin. Aber wer zählen die alle hier? Wer zeignt die alle? 16. 17. Manche. Die manche sind 17. Ich will mich jetzt nicht strafbar machen. Wer bist du? 90. So alt bin ich jetzt auch nicht, ne? Nee, so... Aber... Du bist schon deutlich älter als wir. Ja, auf jeden Fall, ne? Du hast TikTok mit ihr gemacht. Du hast TikTok mit ihr gemacht. Ja. Boah, wir sind alle Homies. Wir gehen auch nachher essen, wir alle. Ach so. Wir gehen jetzt essen alle. Wirst du eine Freundin? Schau. Jungs, ey, Mädels. Ich sag euch was. Vertraut niemals Jungs. So was geht nicht, schau. Er hat eine beste Freundin und eine Freundin. Aber ich bin ja auch in seiner Klasse. Siehst du meine... Hat damit nichts zu tun. Man kann trotzdem immer wieder was... Siehst du eine Bank nach Badenau? Noch besser. Außerhalb trifft man sich zufrieden. Bald schon. Jetzt die Schule zu Ende. Ohhhh. Ich will jetzt ein Foto machen, Mann. Es stört mich. Oma. Was willst du zu deinem... Ist das dein... Wie sagt man jetzt? Stiefsohn? Nein, nein. Dein Enkel. Dein Enkel. Naja, was... Bist du sehr glücklich, dass er es geschafft hat? Ja, natürlich. Und hast du vielleicht noch was vor? Also ein Rat fürs Leben? Ja, der soll viel Glück haben und der soll seine Ausbildung machen. Sehr wichtig. Ja. 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 Also ich sag euch jetzt ehrlich. Hier hab ich wirklich reingeschissen. Weil mein Ding ist ausgegangen. Mein scheiß Mikro. Aber. Aber, aber, aber. Hier wollte er... Hier. Mein Insta haben. Aber auf einmal wo die Kamera gesehen hat. Hat er jetzt so gesehen. Er hat jetzt so getan, als ob er mein Insta nicht will. Sondern ich. Dass ich sein Insta haben wollte. Aber ihr wisst wie Menschen sind. Sobald die Kamera sehen. Ändern die sich. Aber. Ja, man. Und so ist halt das Leben manchmal. Wisst ihr? Was mein... Schau. Da hat er mir gesagt. Ey. Bitte. Tu nicht rein. Aber es ist mir geil. Es ist mein Vlog. Ich hab dich nicht gezwungen immer in die Kamera zu kommen. Das war's mit dem Video. Dankeschön. Und das war's mit dem Video. Ich hab's mit dem Video.